Ach komm, jetzt mach ich nicht diesen hier. Ich hoffe du wirst ergötzen an dem Leben, was du siehst bei mir. Die ist in my bag. Leute die teamen, die müssen wir killen, teamen die Leute, die will ich haben, damit ich die reporten kann und damit ich die auch killen kann. Hört auf Leute, ich muss gerade zwei Teamer killen. Ja man! Ich glaube das war einer oder? Komm steig doch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und der rafft gar nichts der Team. Waren das jetzt die beiden? Ich hoffe mal. Einen überfahren. Und den anderen noch gerade so gekillt. Ich hoffe mal das waren die. Das Lumbargo. Das habe ich auch. Ab und zu kann man das oben sehen, im Download meinst du ne? aber ich habe kein Packet los. Ich sehe ja, dass mein Stream normal läuft. Guck mal da steht einer am Baum dran. Also wenn das mal nicht Scenic Fast war. Dann weiß ich auch nicht. Ich bin gelaufen wie Sonic. Nein, ich habe das Excel Pack gekillt. Alter, ist das ne Legende oder was? Das ist ne richtige Legende da oben. Alter! What? Woher? Wie? Was? Okay. Dann challenge ich vielleicht doch nicht mehr. So. Oder vielleicht doch. Hey. Hey. Ach nee. So viel brauche ich doch gar nicht. Typh! Tops. Tops. Fuhh. Tops. Tops. Mhm, mh, 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 mh. Mein Loot. Der ist immer noch da, leider. Schade, er hat einen Hit bekommen. Geht nochmal hinter den Baum, okay. Der ist wichtig, der Typ da hinten. Oh, ich habe ja noch mein Fahrzeug, Alter. Das ist gar nicht so toll, hier den Typen zu treffen. Nein. Jetzt habe ich ihn. Und der Typ da hinten, der ist auch die ganze Zeit auf der Lauer noch mehr. Ah, der hat einen Hit bekommen. Nice. Schade. Der lauert die ganze Zeit. Okay, ich muss mir jetzt ein Haus nehmen. Anders geht's nicht. Da oben scheint noch einer zu sein oder so. Hat der gerade Schüsse gehört? Was? Sind sogar noch eine Menge Leute eigentlich. Ja, guck mal. Da ist sogar noch einer. Das war ein Hit. Okay. Game sets, meine Freunde. Das Timing, ey. Einmal und nie wieder. Oh, der drüben ist da sogar noch drin, oder was? Oh, shit. Oh, das war ich nicht. Ich weiß halt nicht, wie viele Leute hier noch in den Häusern alle sind, die dann auch noch kommen werden. Ich würde halt irgendwie den kleinen Hügel hier vorne einnehmen, aber dann können mich die anderen besser sehen, die schon da hinten sind. Wenn ich hier rechts hingehe, also ich werde auf jeden Fall den Hügel hier vor mir einnehmen, definitiv. Ah, nice. Schon eingekehlt. Okay, vollboosten. Ich habe eine Idee. Perfekt. Hat auch jemand eine Awe. Ich sehe noch vier Leute. Ja, und ich habe den Drop auf das Fahrzeug. Einer ist an der Playzone gestorben. Einer müsste hier rechts irgendwo sein. Einen habe ich gekillt. Okay. Ist der letzte noch irgendwo rechts hier, glaube ich, in der Richtung. Einer net werde ich mir mal aufbehalten. Okay. Oder auch nicht. Die Deez. Oh mein Gott. Die Bombenzone zum Win. Bomberman ist wieder unterwegs. Was eine krasse Runde, ey.